Als Adrians Nachlassverwalter bin ich verpflichtet, eine Erklärung vorzulesen. Cecilia. Obwohl unsere Beziehung alles andere als perfekt war, dachte ich, dass du mit mir reden würdest, anstatt wegzulaufen. Ist alles okay? Nach dem Grill! Was ist mit ihm passiert? Pulsadern aufgeschnitten. Seinem Testament entsprechend bekommst du 5 Millionen Dollar. Das Kleingedruckte verbietet dir aber, in Verbrechen zu begehen oder für unzurechnungsfähig erklärt zu werden. Das ergibt doch keinen Sinn. Was? Adrian würde sich nicht umbringen. Hör zu, du bekommst deine Freiheit zurück, okay? Lass nicht zu, dass er dich verfolgt. Hallo? Ich habe Angst. Du musst keine Angst mehr vor ihm haben. Er war ein Soziopath, der immer die Kontrolle haben musste. Über alles. Er sagte, egal wohin ich gehe, er würde mich finden. Und er würde direkt zu mir kommen. Und ich würde ihn nicht kommen sehen. Alles okay? In diesem Sessel sitzt einer. Ich habe etwas gefunden, das beweisen kann, was ich hier durchmache. Du brauchst Hilfe. Adrian ist tot. Ich war in seinem Haus. Er ist nicht tot. Ich habe einen Haufen Asche in einer Schachtel, der dir widersprechen würde. Dein Bruder hat einen Weg gefunden, sich unsichtbar zu machen. Das Einzige, was noch brillanter ist, als etwas zu erfinden, das einen unsichtbar macht, ist ein Weg zu finden, dich zu quälen. Sogar nach dem Tod. Adrian war ein Genie darin, andere zu manipulieren. Kommen Sie nicht näher. Hey! Ich bin nicht verrückt. Bitte hören Sie mir zu! Sie sagen, die Person, die versucht, Sie zu töten, ist gerade in diesem Raum. Aber wir können ihn nicht sehen. Ihr hört zu. Wo bist du? Wo bist du? Zeig dich! Komm schon! Tu es! Da bist du.